Game Keys und Game Cards. M-M-O-G-A. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Das war mein... War das ne Pleite? Ja. M-M-M-M-M. So. Hallo Leute, herzlich willkommen bei unserem Review, bei unserem Fazit, bei unserem Fazit vom Eurovision Song Contest 2016 in Stockholm. Genau. Und die Howie ist auch wieder hier. Hallo. Und die geht jetzt näher ans Mikro, wunderbar. Und womit wollen wir denn anfangen? Ja, wir müssen ja eigentlich damit anfangen mit dem Siegerbeitrag. Ja. Gewonnen hat... Die Ukraine. Die Ukraine. Und keiner versteht es so richtig. Warum? Du guckst mich an, ich hab gekotzt. Also ich habe, als ich den Song im Halbfinale gehört habe, hab ich gesagt, boah wie schlecht ist das denn? Hab ihm ne 6 gegeben. Ich habe im Finale nochmal drüber gehört, weil oftmals, ne, denkt man sich ja, okay, jetzt beim zweiten Mal hören, der hat was, ne. Also, was heißt zweite Mal? Ich hab ja auch mehrere Schnelldurchläufe gehabt, wir haben ja auch noch die Analyse gemacht von jedem Song. Also eigentlich hab ich den schon verdammt oft gehört. Ich find ihn grausam. Ich finde diesen Song einfach nur grausam. Ich find die Alte von ihrer Stimme her grausam. Ähm, der Song hat nix. Der hat keinen Rhythmus. Der hat keinen... Ja, ähm, vielleicht hat er Text, Aussage, Botschaft, wie auch immer. Wobei mir das persönlich zu politisch ist. Und mir braucht da keiner erzählen. Nö, das handelt aber von den... Von meiner Oma, die vertrieben... Nein! Das handelt genau von dem zeitaktuellen Geschehen. Ist ja auch egal. Ähm, dieser Song hat für mich nix. Oje, also, ich bin ja gestern... Ich war sehr erbost. Ja. Ich war sehr wütend. Ich habe... Ausgerastetes. Aus mehreren Gründen. Nicht nur wegen der Ukraine. Auch wegen dem Votingsystem. Kommen wir gleich zu, denk ich mal. Ja. Ähm. Aber dieser Song ist für mich der allerschlechteste Eurovision Song Contest ever. Seh ich nicht so. Ach, jetzt holst du mir einen anderen Sieger raus. Nein, für mich war der schlechteste 2002 mit Marie N. Ich weiß nicht mehr welches Land das war. Aber das war für mich der schlechteste. Aber Ukraine hat trotzdem nicht verdient gewonnen. Also... Mit wirklich... Ich weiß jetzt nicht. Ich guck nochmal. Äh, bei mir war es eine 4 minus. Bei dir eine 6. Aber trotzdem gab es viele andere Länder, die es, äh, verdient hätten. Ja. Wie gesagt, die Geschmäcker sind... Hast du gestern zu mir gesagt, als ich mich aufgerechnet habe. Ja, aber die Geschmäcker sind doch nochmal unterschiedlich. Ja, definitiv. Ähm. Für mich... Ich fand die Niederlande richtig geil. Das Song hat sich für mich eingeprägt. Aber ich kann akzeptieren, dass einige Leute den vielleicht nicht gut finden. Ich fand Belgien cool. Du, er, ein bisschen weniger gut. Ich fand Österreich voll cool. Aber auch da kann ich akzeptieren, wenn andere Leute das nicht finden. So. Aber die Ukraine fand ich einfach nur grausam. Und ich habe bis jetzt mit keinem gesprochen oder mich ausgetauscht, der gesagt hat, Nö, der Song war gar nicht mal so scheiße. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwo in meinem Auto sitze, Radio anhabe, der Song kommt und ich denke so, oh ja, das war der ESC-Sieger. Ja, viele haben geschrieben, dass das ein grottenschlechter Song war und dass sie gejault hätte. Und ja. Das ist, was ich sage, genau. Ein grottenschlechter Song. Wäre das jetzt so einer so, weiß ich nicht, Polen zum Beispiel. Da hätte ich ja noch gesagt, übrigens auch sehr lustig. Ne, da kommen wir gleich zum Voting zu. Ich erinnere mich an Polen beim Voting. Wäre das so ein Song so mittig, ne? Wo man gesagt hätte, ja, an der Stelle hat er ja was. Der ist ja... Aber der hat echt nichts. Die Alte sind da... Blättert da rum. Und dieses Künstliche, ich kaufe das ja auch nicht ab. Und... Also für mich war der schlechteste Beitrag aus Armenien. Die hat für mich... Die hat von mir eine 6 bekommen. War das die Badeanzugregel? Die letzte war das. Und... Der Song... Der Song hatte noch was. Ne, nichts. Siehst du? Da sind wir bei Geschmäcker. Ist jetzt für mich auch kein Siegerlied. Aber der hatte wenigstens noch was, wo ich gesagt hätte... Naja... Und äh... Was auch... Sehr, sehr schlecht war, war Malta. Das war die... Schwangere. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Genau. Ganz schlimm fand ich das. Aber er hat, glaube ich, auch nicht so schlecht abgeschnitten. Am Anfang hat sie direkt, glaube ich, 12 Punkte bekommen. Fand ich auch ganz schlimm. Ähm... Deswegen, Ukraine sah ich jetzt nicht ganz schlecht. Aber auf keinen Fall auf den ersten Platz. Ich dachte ja, dass Russland gewinnt. Ist Zweiter geworden. Aber... Naja... Ähm... Aber auch nicht, weil Russland so ein toller Song war. Wobei, da hätte ich noch gesagt, guck mal. Auftritt cool. Auftritt richtig cool. Gar keine Frage. Song... Nicht grottig. Auch die Stimme, der Typ nicht. Und es ist ja für mich das Gesamtbild. Es ist ja ein Eurovision Song Contest. Und es ist nicht Video Contest, wie der Kollege Urban ja immer sagt. Ähm... Aber der Song hätte noch was. Sogar... Sogar... Jamie Lee. War ein Song. Ich glaube, da wollen wir jetzt auch noch drauf kommen, oder? Ist das... Ja, ja. Der war nicht so scheiße. Elf Punkte spiegelt die Leistung nicht wieder. Für mich ein Song, der mir voll am Arsch reingeht. Ganz ehrlich, aber... Viele Deutsche haben ja vorher schon geschrieben, wie kann man denn so eine da hinschicken und so. Die blamiert uns doch. Ähm... Ich finde, sie hat uns überhaupt nicht blamiert. Sie konnte singen. Sie ist... halt... anders. Ich finde die Kleidung auch okay. Ich weiß nicht. Sie hatte auch eine schöne Bühnenpräsenz, oder? Ich mochte das. Der Auftritt war stimmig und war okay, ja. Dass sie nicht viele Punkte bekommt, war klar. Dass sie nicht Erster wird, war klar. Oder war klar. Aber, dass sie Letzte wird, das fand ich schon dreist. Also, das hat sie nicht verdient. Genau. Da gab es schlechte Beiträge. Zum Beispiel die Ukraine. Armenien. Ja. Und ähm... Ja. Australien vielleicht? Australien, genau. Australien. Ja, Australien tat mir dann auch irgendwie leid. Die haben wirklich gedacht, die gewöhnen. Ja, mir tat's auch leid, dass Australien nicht den Eurovision... Nein, ich möchte jetzt 10 Sekunden Pause machen, wie im niederländischen Beitrag auch. Der war übrigens am besten. I love you. Ähm... Dass Australien nicht den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ganz ehrlich, unter uns. Der Song war nicht scheiße. Der Song war in Ordnung. Aber kein Siegerlied. Siegerlied. Hätten die gewonnen, ist das also für mich ganz klar ein... Oh, Australien ist Knuddelfaktor Punkte. Wir haben ja auch gesagt, dass... Ähm... Nur aufgrund dessen, damit die einmal auch dort austragen können... Denk ich mal. Ist ja schön warm, ja. Ähm... Sollen wir jetzt zum Boating-System kommen? Gestern war ja ein anderes Boating-System. Oder möchtest du noch was zum Beispiel? Ich möchte noch kurz was sagen. Ich habe die Blätter nicht mehr gefunden, wo wir vorher halt was draufgeschrieben haben. Die Halbfinals. Genau. Und ähm... Es hat sich einiges geändert. Manches zum Positiven, manches zum Negativen. Ähm... Wie zum Beispiel... Ähm... Tschechien. Die fand ich ja total langweilig. Das war die zweite Dame. Die blonde Dame. Weißt du noch? Ähm... Ähm... Wo wir gesagt haben, ja, die steht da halt. I stand. Ach so. Und voll langweilig und so. Und als ich mir das Lied nochmal angehört habe, da war ich... Fand ich jetzt doch nicht so schlecht. Also die Note habe ich dann verbessert. Ich muss sagen, Bulgarien fand ich irgendwann mal wirklich äh... Relativ brauche. Habe ich auch nur eine 4 plus gegeben. Ist das nicht die... Ähm... Aime Luda singt, ne? Ja, keine Ahnung, was die singt. Aber ist das die Bulgarien? Ja, ja. Fand ich dann gar nicht mal... Wann war da mal denn noch hier unten? Und in Österreich höchst zwei Minus. Ja... Russland drei Minus. Australien drei Minus. Ungarn. Ungarn? Ungarn? Was war denn Ungarn? War das der Typ? Das war der Grauige. Ja. Der hat auch viel zu schlecht abgeschnitten. Ja. Aber wie gesagt, das ist schwierig. Da kann man sagen, ja, verschiedene Geschmäcker. Aber ähm... Ja. Also meine Top 10... Äh... Top 3 wollte ich noch erwähnen. Also 1 Niederlande, 2 Italien und 3 Polen. Italien? Ja, da fand ich super. Und bei dir? Ich weiß nicht. Ich hab glaube ich, ohne zu gucken, hier doch mitgucken, Niederlande. Bin mir sicher, Belgien ist irgendwo. Und Österreich. Österreich meine ich. Ja, ja. Die drei. Da haben wir ja auch auf... Niederlande und Österreich habe ich je 5 Euro gewettet bei BWIN. Ey, das wäre eine gute... War eine gute Quote. Ich hätte 200 Niederlande rausgemacht. Aber... Naja... Fatan, fatan. So, können wir jetzt zum Voting kommen? Ja, mach. Dann können wir auch den Bogen zu Polen bringen. Weil Polen fandest du, glaube ich, auch noch ganz gut. Ja, als Drittbesten. Polen hatte zum Beispiel... Gestern wurden ja, ähm... Die Bewertungen getrennt. Ähm... Und zwar... Jedes Land hatte eine Jury. Ich war naiverweise der Meinung, da sitzen Musikexperten. Komme ich gleich noch zu. Weil eigentlich müssen es Vollpfosten und besoffene Drogenabhängige gewesen sein in einigen Ländern. Anders kann ich mir das nicht erklären. So. Aber... Kommen wir gleich noch zu. Äh... Und der zweite Teil bestand dann halt aus, äh... Das Voting von den, äh... Zuschauern, die anrufen durften, SMS schreiben durften und so weiter. Im ersten Moment dachte ich... Wow... Das könnte... Ähm... Nicht so zum Kotzen einladen, wie die letzten Jahre. Ne? Weil... Fassen wir doch mal dran. Der ESC... Ja, am Ende setzt sich in der Regel dann auch wirklichen Beitrag, äh... Durch, der qualitativ hochwertig ist. Meistens. Aber, ähm... Beim ESC gilt für mich die Faustregel, umso gescheiterter die Nation, desto besser. Ne? Wenn du eine große Nation hast, die sich irgendwann mal, weil sie voll gegen die Wand gefahren ist, in 80 Länder aufgeteilt haben, übertrieben gesagt, dann hast du echt gute Chancen. Vielleicht sollte Deutschland irgendwann mal sagen, huch, unsere Nation hat sich gespalten, ab jetzt treten wir mit jedem Bundesland separat auf. Dann kann Hessen Nordrhein-Westfalen zwölf geben, Berlin zwölf... Dann machen wir das auch untereinander. So. Ja, es tut mir leid, ich werd schon wieder... Nein, natürlich... Aber das ist es. Die Fans, die Zuschauer-Votings waren ungefähr wieder mal so. Was mich jetzt aber tierisch überrascht und vor allem erschrocken hat, so erschrocken, dass ich fast an meiner eigenen Kotze erstickt bin, ist, dass die Juroren in ihren Ländern, ihren Nachbarländern die Punkte zuschustern. Und da muss man doch mal als Austragsverantwortlicher des ESC sagen, hört mal, ähm, Litauen... Nein! So funktioniert das nicht. Bitte wählt den musikalischen Beitrag und nicht danach, welches Land das ist. Und das hat mich gestern sehr, sehr, sehr wieder mal geärgert und sehr angekotzt. Ich dachte natürlich, das Splitten könnte das was werden, aber einige Länder haben anscheinend irgendwie einen Intelligenzquotienten im Durchschnitt von 10, und dementsprechend vertreten sind da auch die Juroren. Ich habe aber auch nicht verstanden, wir haben ja danach noch die Aftershow ein bisschen geguckt, warum Deutschland Israel zwölf Punkte gegeben hat. Die Juroren, nicht die Zuschauer. Denn hinterher waren... Welche Experten von Deutschland waren da in der Jury? Einmal die, ähm... Namika, oder wie heißt die blöde... Ja, dann die Frau von dem Liefers. Anna Loos, glaube ich, heißt sie. Und halt die Bossers. Und jeder fand einen anderen gut, aber trotzdem hat Israel die Masse genommen. Genau, das meine ich. Die standen da mit der Babsi und haben gesagt, ja, welchen Person waren du? Und der eine hat gesagt, ja, Niederla fand ich gut. Und die andere, ja, Niederla fand ich auch gut. Und Schweden. Ja, die haben alle einen anderen, aber keiner hat Israel genannt. Und Israel hat zwölf Punkte von denen bekommen. Und da habe ich ja... Irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie die gewählt haben. Haben die gewürfelt? Ganz komisch. Israel fand ich übrigens schrecklich, diesen Typen. Kein... Nein, Moment. Sag mir die Note. Ja, vier. Ach, das geht eigentlich. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Moment. Vier minus. Aha. Ähm. Noch lange nicht so schrecklich wie die Ukraine, aber schrecklich. Und dass der wieder zwölf Punkte bekommt, ich kann es mir nicht mehr erklären, ehrlich gesagt. Also entweder setzt man in jedes Land Juroren, die ein bisschen wissen, was sie tun. Oder man verzichtet komplett. Oder man macht eine Blind Audition. Man sagt überhaupt nicht, welches Land auftritt, aber man muss auf Englisch dann singen. Das wäre ein Nachteil. Ja. Das macht doch eh jetzt jeder. Und man muss halt Punkte verteilen. Und am Ende kommt dann raus, welches Land das wollen. Also das finde ich interessant. Fände ich sehr schön. Wird aber ja so nicht zu machen sein. Weil du kennst ja auch die Stimmen von den Leuten, die vorher im Vorentscheid und... Nee, das... Das gibt's dann halt auch nicht. Fände ich gut, wenn man vorher gar nicht wüsste, welches Land oder so. Aber das wird sich so nicht umsetzen lassen. Schade eigentlich. Hast du noch eine andere Idee, wie man das Voting aufpimpen könnte? Ja, dass man halt sagt, Nachbarländer bis... Also sieben Punkte, sag ich mal. Ah, ah. Und die acht, die zehn und die zwölf dürfen auf keinen Fall an Nachbarländer verteilen. Ja, aber leiden da nicht ähm... Leiden da nicht Länder die, die viele Nachbarländer haben? Na gut, aber was ist dann zum Beispiel mit Australien? Die haben kein einziges Nachbarland in der EU. Eigentlich glaub ich nicht, dass die nächstes Jahr wieder dabei sind. Aserbaidschan. Nee, wollen wir mal. Ja. Okay, Israel. Die werden dabei sein. Die haben da sowieso nichts zu suchen. Ja gut. Es ist schwierig. Es ist auch wirklich schwierig. Wir meckern natürlich alle und wollen auch jeder sich aufregen dürfen. Aber um irgendwie ein anständiges... Ja, schwer. Jetzt erzähl das nochmal mit Polen. Mit den Zuschauern. Polen hat genau, nach der ersten kompletten Jurorenrunde, war Polen abgeschlagen letzter. Vorletzte. Vorletzte? Oder... Nee, erst war vorletzte, dann letzter. Polen war komplett letzter. Ja. Und die haben richtig schlecht, äh... Ich weiß, zwei Punkte oder... Ein Punkt, ein Punkt. Ja, zwei Punkte hatten die. Nachdem alle Länder, alle Juroren der Länder gewartet hatten. Und plötzlich, ähm, kommen die Zuschauer-Votes und Polen endet, ich glaub fast noch Top 10 oder so, oder? Ähm... Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm, aber die haben ja einen riesen Satz gemacht. Als klar war das Deutschland sowieso schon jetzt damit. Und, ähm, diese Diskrepanz, die kapier ich nicht. Wieso wählt eine Jury oder, was heißt eine? 42 Länder oder 46, wie viele haben gewartet, ist ja auch egal. Wieso wählen die einen Beitrag so schlecht und die Zuschauer wählen einen Beitrag so gut? Der kann doch irgendwann nicht stimmen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Dieser Eurovision Song Contest ist gekauft gewesen. Der ist geplant gewesen. Die Ukraine bekommt jetzt... Denominat. Nö, die Ukraine bekommt jetzt ihre politische Bühne. Ganz einfach. Ganz einfach. Und, ich glaub, die Russen waren auch sehr erzürnt und haben auch, oder reden auch davon, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen abgelaufen ist. Also, bitte. Dieser Beitrag war zum Kotzen. Das stimmt. Nicht nur ein bisschen schlecht oder so? Man muss ja nicht direkt jetzt sagen, äh... Ja, aber dann erklär mir doch mal die Diskrepanz zwischen Jury-Voting und Zuschauer-Voting. Zuschauer am besten Geschmack. Ja, genau. Ja. Wir sind da neutral. Nein, ich bin... Wo bin ich neutral? Wer ist neutral? Wer? Ich? Nö, ich bin nicht neutral. Ich geb doch jetzt nicht Österreich mehr Punkte, weil ich Österreich... Das stimmt. Nein. Also, man muss ja sagen, einige Länder, ähm... Da sind die Votings über Jahre hinweg echt brauchbar. Ne? Da sagst du ganz klar, ja, das ist ein normales Voting. Ne? Dass Malta, ähm, England zwölf Punkte gegeben hat, ist dann natürlich auch so eine Sache, wo du denkst, hm... Wieso gibt Griechenland uns eigentlich nicht jedes Jahr 50 Punkte? Ach, weil wir die Bösen sind, ja. Aber ich drifte schon wieder zu sehr ins Politische ab. Und das ist ja das, was ich auch kritisiere. Dem ESC wurde gestern eine politische Bühne geboten. Mit einem Sieg, mit einem Beitrag, der gewonnen hat, den ich so nicht akzeptieren kann. Ja, haben wir noch was? Hier kann man es auch noch ändern. Vielleicht sagt man von Anfang an, es darf zum Beispiel aus Jugoslawien, auch ehemaligen Jugoslawien, nur ein Land auftreten. Boah. Das wird ja auch nicht so zu machen. Wenn wir mal in Russland einladen, dann kommen ja nur acht Länder. Nein, ähm, ich weiß nicht, wie man es besser machen kann, aber so... Der Ansatz ist nicht schlecht. Der Ansatz ist nicht schlecht, aber die Juroren der Länder, die müssen nach dem Musikalischen gehen. Und das hat mir gestern bei vielen Ländern einfach gefehlt. Es ist wirklich, oh Nachbarland, ich gebe dem zwölf Punkte. Das war nicht geschmacklich. Wenn die jetzt noch, wenn das Nachbarland jetzt noch in russischer Sprache gesungen hätte, hätte ich ja noch gesagt, ja okay, die finden das halt geil oder keine Ahnung. Aber es lässt mich verzweifeln. Ich habe keine Erklärung dafür, wie da gestern von der Jury der Länder gewotet wurde. Mag ich nicht, finde ich nicht gut. Sollte man drüber nachdenken. Wenn Schiedsrichter im Fußball scheiße pfeifen, werden die auch im Nachhinein nochmal zur Rede gestellt. Intern vom, vom Verband. Und, ähm, ESC, der ESC müsste jetzt auch irgendwo mal... Nee, heißt es eigentlich der ESC? Keine Ahnung. Die Verantwortlichen, das Komitee, wie auch immer... EBU, oder? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Die müssten auch mal irgendwann mal mit einigen Ländern Kontakt aufnehmen und sagen, hör mal, ihr wählt seit Jahren, wählt hier immer die gleichen Länder. Ist euch das nicht ein bisschen zu blöd und zu langweilig? Punkt. Hast du noch was? Wir wollten noch irgendetwas erzählen. Polen haben abgearbeitet, das Voting haben abgearbeitet. Oh, die Halbzeit-Show hier! Nee, wie heißt es? Nicht Halbzeit-Show. Es heißt, äh... Ja. Bevor das Voting zu Ende war. Aufgetreten. Justin Timberlake. Justin! Der ist nämlich momentan, glaube ich, irgendwo in Europa unterwegs, weil er einen neuen Film aufnimmt. Außerdem waren die USA, glaube ich, da erst mal live zugeschaltet. Und China. China auch das erst mal live. Wui, yay! Ja, und Justin war da, hat ein bisschen... Hat er gesungen? Ja, ein bisschen gesungen, ne? Und total. Da war ich gerade weg, ja. Ja, genau. War auch im Green Room und hat gesagt, oh, ihr seid alle super und so. Puh! Ja. War okay. Ja, aber warum, was hat ein... Ja, ist egal. Wobei, Justin Timberlake hat ESC-Verbindungen, oder? Er hat ja auch ein paar Lieder schon geschrieben, glaube ich, in der Vergangenheit. Welches? Welches? Weiß ich nicht, recherchiere doch mal. Du bist doch hier der ESC-Experte. Kann ich mich nicht erinnern. Justin Timberlake hat auf jeden Fall ein paar Songs mitgeholfen, ja. Wir gucken gleich mal nach. Ja. Ähm, sehr cool war der Beitrag, ähm, wie man den perfekten Eurovision Song Contest erstellt. Ähm, da fingen die beiden Moderatoren, die Petra, Petra, und der... Malmö? Keine Ahnung. Malmö, genau. Nein, ich weiß nicht. Manst, 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 oder, ach, keine Ahnung, ähm, die fingen halt an zu singen und, ja, rissen sich die Kleider runter und meinten, erstmal braucht man ein Outfit, ne? Dann braucht man ein bisschen Trommeln, ein einheimisches Instrument, was keiner kennt und keiner braucht und ein bisschen Violine. Da war dann, äh, ne, der Kollege... Rebuck. Rebuck. Ähm, und dann hatten wir noch Lordi war, glaube ich, dann auch noch da irgendwie und Feuerwerk war natürlich da, ein bisschen Rollerblades wurde gefahren, hatte keine Ahnung, Rollschuh oder so. Und, äh, ja, war geil. Die Omys, glaube ich, ne, waren aus... Das waren, glaube ich, nicht die Original. Nein, nein, die sind ja auch schon wahrscheinlich. Ähm, dann die Polin, die da die ganze Zeit in so einem Krug rumstampft, die sexy Polin, die kann ich nicht erinnern, die kann ich nicht erinnern. Das war übrigens der Beitrag, den ich in unserer Analyse meinte. Nur mal so. Ja. Das war cool. Das war lustig, ja. Habe ich, habe ich mich köstlichst amüsiert. Ja. Und ich wollte ja nochmal googeln wegen dem Lied aus Frankreich, das eine Passage einem anderen Lied ähnelt. Und wir haben es auch gefunden. Aus Frankreich? Aus Schweden. Ja, Schweden. Entschuldigung. Das habe ich aber schon in die Anmerkungen zu einem Analysevideo reingemacht. Aber du kannst es gerne nochmal sagen. Ach so. Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr. Den Titel weißt du nicht mehr. Das habe ich mir nämlich gedacht. Auch nach der After-Show-Party. Oder nach der... Stimmt. Hat auch... Einer von den deutschen Juroren meinte doch irgendwie. Nee, die Babsi hat das gesagt. War der nicht gecovert? Ja. Ja. Also hatte ich recht. Von Anfang an. Obwohl das nicht trotzdem ganz so interessant war. Ja, er war halt unspektakulär. Ganz normal fand ich gar nicht mal schlecht. So wie erinnerte mich ein bisschen an unseren Max damals. Max Mutzke. Der auch ganz leger da auf dem Stuhl saß. Ein bisschen... Ja. Haben wir noch was? Oder legen wir diesen... Ich habe übrigens, ähm... Angekündigt, als die Ukraine wirklich die ganze Zeit vorne mitgespielt hat. Während des Wotings habe ich gesagt, wenn dieser Beitrag den ESC gewinnt, bin ich damit durch. Nicht. Ja, ja, nee. Und du wirst nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Nee, das glaube ich nicht. Boah. Ey, bitte. Ich bin wirklich an meinem erbrochenen, äh... Erstick. Mir kam... Mir kam ne Kaviar vom Frühstück hoch. Ja. So. Freunde. Ja. Abschließend hast du noch was? Ja, du. Ich hab was. Du möchtest... Ach, der MD Burger. Ja. Genau. Mein Freund der MD Burger hat tapfer wie er war wirklich, äh... Wenn's denn stimmt. Komplett alle drei Beiträge, Analysebeiträge durchgezogen und, äh... Ja, hast du dir verdient. Such dir was aus. Warte mal. Ja, ich hab, äh... Im Angebot hab ich... Was hab ich denn im Angebot? Du kannst... Im Angebot hab ich, äh, ein Steam-Spiel. Äh, was willst du? Back to the Future, das Spiel? Oder, ähm... Puzzle Agent ist zu mittig für den. The Walking Dead Season 1 oder The Walking Dead 400 Days. Oder Game of Thrones, die komplette Serie. Oder Walking Dead Season 2, Jurassic Park The Game. Such dir irgendwas aus. Irgendwo hab ich aber auch noch, äh, Back to the Future ein. Da! Back to the Future The Game, hab ich schon gesagt. Kannst du auch einmal haben. Irgendwas, irgendwie sowas. Such dir mal irgendwie was cooles aus. Und, ähm... Ja, das war's, oder? Das war's mit dem ESC. Wir haben schon überlegt, ähm... Was wir denn auch in Zukunft noch machen können, so gemeinsam, so eine Analyse. Und da könnt ihr ja schreiben, wenn ihr sagt, irgendwie, hey, bald ist ja dieser... Uns fiel jetzt nicht auf Anhieb, irgendwie die Oscar-Falliung, aber die dauert ja jetzt noch viele Monate wieder, die ist ja erst fromm. Ähm... Sportlich. Ja, ich weiß nicht, ob EM was für die Haui ist. Ja. Fühlt mich da nicht so gut aus. Ja, die meckert halt nur dann den ganzen Tag über Götze. Oder... Ich. Nicht? War ich das? Kann auch sein. Ähm... Schlagt mal irgendwas vor. Vielleicht fällt euch noch irgendwie was an Event ein, wo ihr sagt, hey, das wär doch was für euch. Und würden wir uns freuen, wenn ihr da was macht. Ansonsten würden wir uns auch über Kommentare freuen, wie ihr das jetzt, äh... Diese ganzen vier Folgen, wie ihr das fandet. Fandt ihr das zu trocken? Sollten wir das noch ein bisschen aufpinten? Wenn ja... Egal. Nein, nicht egal. Sag artig Tschüss! 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 Vielen Dank.